Musik Ja hi, hier ist der Olli von Session. Ich zeig euch heute aus dem Gibson Custom Shop die 58er Les Paul Playtop in Ice-T Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Jo, 58er Plaintop von Gibson und es ist so eine geile Gitarre. Ich sag's euch. Gibson baut natürlich Sachen standardmäßig und baut viele Sachen auch aus dem Custom Shop. Und oft habe ich diese teuren Bretter auf dem Schoß und krieg immer geschollt nach dem Motto, ey, mach doch mal eine Gitarre, die man bezahlen kann. Und ich sag euch was, die 58er Plaintop ist in gewisser Weise meine liebste Gibson, weil sie fürs wenigste Geld, neben der 57er vielleicht noch, aber die 58er ist halt nicht Goldtop, sondern mit Holzmaserung, einfach den geilsten Ton liefert. Das ist unfassbar. Ihr habt's vielleicht gerade gehört. Die Gitarre ist unglaublich fett und resonant und holzig und das ist was, womit man mich natürlich immer kriegt. Das ist klar, das wisst ihr ja. Aber zu einem bezahlbaren Preis, wenn man überlegt, eine Standard liegt bei knapp zwei, über zwei und die liegt, ich sag mal, ein gutes Stück über 2000, dann sehe ich überhaupt, oder dann sehe ich oft gar keinen Grund, den Standard zu verkaufen, weil ich sag, ey, guck mal, hier ist eine Plaintop, das ist eine Gitarre, wie es sich gehört. Und wenn ich sag, wie es sich gehört, dann orientiere ich mich natürlich an den Geschichten, wie eine Les Paul nach meinem Verständnis zu sein hat. Ja, dazu gehört in dem Fall natürlich der Margoni-Rücken hier, sieht man ganz gut, richtig, richtig fettes, nicht zu schweres Margoni. Dann ganz, ganz wichtig für den Höhengehalt die Ahondecke und man sieht hier, sieht man auch mal, wie dick die Decke sein kann. Hier drüben sieht man es, ne, hier kann man sehen, das ist so die Leimnaht, hier ist der Margoni-Brocken hier unten und oben drauf ist die Decke, hier sieht man es ganz gut, ja. Und die Decke ist in dem Fall Plaintop, das heißt nicht Figertop, es gibt ja oft auch Wölkchen-Ahorn oder Riegel-Ahorn, viele 59er waren da geregelt, nicht alle übrigens, viele denken ja, 59er waren immer geregelt, Quatsch, waren eigentlich so Sondergeschichten, die eigentlich unabsichtlich entstanden sind, weil manchmal ist halt Ahorn gefögelt oder geregelt oder eben Plaintop. In dem Fall unterscheidet Gibson bei der 59er und der 58er schon danach, wie die Decke geregelt ist, weil das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, man hat dann AAA oder AAA oder 4As oder 5As oder 2, wie auch immer, in dem Fall haben wir gar nichts, haben wir einfach nur Plaintop, was dem Ton überhaupt keinen Abbruch tut, ja, die Gitarre, ähm, also ich, ich höre dieses dicke Margoni, ja, und diese, diese schreienden, ähm, oder schreienden, diese, diese, diese geilen Höhen vom Ahorn, das ist unfassbar, ja, dieses, ich, ich gehe mal eine Gaineschufe runter, hört man es noch ein bisschen besser, Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer so, wenn ich, wenn ich so ein Ding dann spiele und es passt, ja, dann, dann, dann denke ich so, oh, da läuft es mir ein Rücken runter und ich sage, ey, ist das geil, weil das einfach passt, ich habe diesen Sound, den ich eigentlich von der Gitarre haben will, in dem Moment, wenn ich mir ein Les Paul nehme oder ein Stratt, wie auch immer, in dem Fall ist ein Les Paul und ich sage einfach, alles richtig, ja. Ich sage einfach, alles richtig, ja. Ja, man hört, man hört ganz geil, dieses, dieses, dieses Gönk, ich sag's, irgendwie Gönk oder Gönk vom Margoni, es ist so, ja. Dieses Gönk, Gönk. Und damit das Ganze natürlich nicht im, im mittigen Holz versinkt, obendrauf dieses Schreng und das ist das Ahorn, ja, dieses. Und damit das Ganze natürlich nicht im, mittigen Holz versinkt, obendrauf dieses Schreng und das 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 Schreng. Vielleicht noch mal was irgendwie zur Technik ganz kurz, ähm, die Sachen, also werden natürlich von Gibson im Gibson-Kassenstopp gefährdigt. Und da ist es natürlich so, dass, ähm, dass ein ganz andere, äh, also eine ganz andere Arbeitsweise herrscht, als bei den ganzen Standardgeschichten. Das, ähm, das, ähm, fängt schon damit an, dass, dass der Hals, ja, zum Beispiel von der, von der Konstruktion her, natürlich viel weiter im Holz sitzt. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt hier reinschauen könnte, würde ich sehen, dass dieses, dass dieses Margoni-Stück bis hier drin, das lenkt man an Long-Tannon, ja, unter dem Hals-Pickup sitzt, ja. Und vor allen Dingen der Winkel, der Winkel, wie, ähm, wie der Hals praktisch im Body praktisch eingelassen ist, sodass nachher auch die Höhe der Brücke hinten stimmt, der ist natürlich zwingend vorgegeben. Und bei den ganzen Standardgeschichten ist es so, da, da werden natürlich die Hälse reingesetzt und werden im Nachhinein korrigiert und auch aufgefüttert, hier ist es so, das wird plan geschliffen, wird reingesetzt, verleimt und das war's. Und deswegen habe ich diese, diese supergeile Verbindung von Hals und Body und das bringt mir natürlich Sustain. Das bringt mir Sustain und Ton und Direktheit und das ist das, worauf ich total stehe. Ja, dieser, dieser. Ich, 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 ich lauf nochmal ne Gaineschufe runter für so, für so ganz heilige Blues-Geschichten, da blubbert und flubbert die, das ist echt krass, ja. Ich, 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 Ja, selbst die Pickups, ja, ich bin auch so wieder so ein Nörgler oft, aber in dem Fall, ähm, halt die Burst Bugger 1 und 2, perfekt, ja, ist vom, vom Höhengehalt nicht zu muffig, obwohl sie mit Kappen laufen, ja, oft, oft ist es ja so, dass so Kappen-Pickups ein bisschen, bisschen Wolke klingeln, denke ich immer so, was ist denn da los? Und dann erwischt man sich, dass man an den Pottys dreht und dann funktioniert es irgendwie nicht richtig und so und das ist in dem Fall, ähm, wirklich, wirklich Hammer, ja, also es funktioniert, du hast, äh, oder, oder, man hat Höhen obendrauf, die man auch unbedingt braucht, um, 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 um sie die Kuppe zu formen. Man will ja nicht einfach nur Sustain und nur Druck, man will auch ein bisschen, bisschen, dass die, dass der, dass der, dass der Ton so schnallt, ja, oder so, so, ähm, so blickt obendrauf. Das ist was, was man, was man unbedingt braucht, um, um einfach die Orientierung zu bekommen in so einem Verzerrungssumpf oder in so einem Blues, äh, Blubbersumpf, ja. Das ist was man, was man zu iste. Das war's. Jo, das war die 58er Playtop von Gibson und wie ihr seht, hab ich die Gitarre direkt aus der Ausstellung gezogen. Ihr seht ja, wir haben die ganzen Gibsons hier aufgebaut. Supergeil, ihr müsst mal vorbeikommen. 58er checken, 57er checken, 59er checken, macht super Spaß. Einfach und vor allem mal gegen das Studio und halt eben gegen den Standard. Das ist echt der Hammer, da fallt ihr echt tot um, wenn ihr das hört. Das ist der Hammer. Wenn ihr zu weit weg wohnt, wir schicken die Gibsons natürlich auch raus, ist klar. Wir haben 33 Tage Moneybag, 66 Tage, könnt ihr die Gitarre umtauschen. Mir hat's super Spaß gemacht und ich sag tschüss.